Die Einbildungskraft als produktives Erkenntnisvermögen? Ja, was mache ich hier eigentlich? Ab ins Grüne! Aber wohin? Melanie meinte doch letztens, es gibt vier Tierparks, die gar nicht so weit von der Uni entfernt sind. Hier, Leon, wir sind schon da. Das ist das Tiergehege Tannenberg. Es ist das größte in Kiel und wunderschön. Komm mit rein! Das Wildschwein Susgrofa ist ein Paarhufer in der Familie der echten Schweine. Sein Körperbau wirkt von der Seite betrachtet gedrungen und massiv. Dieser Eindruck wird durch den... Sag mal, wollten wir nicht entspannen? Lass uns mal weiterfahren. Das war echt ein schöner Weg. Ich vergesse immer wieder, wie nah eigentlich der Nord-Ostsee-Kanal ist. Und jetzt erstmal schönen Mittag. Oh, schau mal, das rinnt. Das macht auch Pause. Ach, sieh mal da. Jetzt sind wir die ganze Zeit über die Straßen gefahren und jetzt kommen wir hier direkt ins Grüne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, jetzt reicht's auch. Wir haben ja ein schönes kleines Plätzchen zum Entspannen gefunden. Ah, entspannt. Aber da war ja noch was. Kant. B minunblaanz. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank.